Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. Und wie ihr seht, ich wollte euch das mal zeigen am Anfang hier gleich, bevor ich es wieder vergesse. Die Tuberkulose beeinträchtigt natürlich auch unsere Verfassung. Also hier sieht man das. Kernentleerung, viel schneller und so weiter und so fort. Oh, gut, oh boy. Ich weiß, mit dem schon reden, das sind Arschgeigen. Das Problem ist, dass Dutch die Typen, die Micah da angeschleppt hat, natürlich mit Kusshand nimmt, weil seine ganzen Leute, die alle ihm wirklich loyal gegenüber waren, entweder tot sind oder abgehauen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und er denkt halt, ja, das ist Verrat. Nee, ist es nicht, das ist Selbsterhaltungstreib irgendwo. Jetzt hockt dieser Fremde hier mit John auch noch mit am Lager. Ja, und Javier hockt natürlich bei denen da rein. Ich zeig genug Respekt, du Ratengesicht. Ja, du führst nur seinen Hass. Hört auf Feinder Regen. Mein Kind, mein letzter Kind. Nicht. Als ich deine Zeit war, ich kämpf. Ich sah die Tod. Ich habe die Todes. Die Menschen, die ich wusste, wurden schlägt. Mein erstes Kind, dein Bruder. Hatte die Hände smashed durch einen drunken Soldaten. Meine Frau hat eine Runde geschlägt. Ich habe eine Friede gemacht. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht vertraue. Aber ich hatte keine Wahl. Vielleicht bist du richtig. Vielleicht bist du recht. Vielleicht ist niemand von diesen Menschen gut. Vielleicht ist ein Welt, in dem sie uns gekommen sind. Es ist ein Welt, in dem wir können wir nicht entdecken. Aber entdecken wir müssen. Vater, du bist leid. Du bist leid. Du bist leid. Du bist leid. Die Erde, das Wasser. Sie haben keine Freude. Sie endieren. Und wir müssen endieren. Mein einziger Junge. Mein preisiger Junge. Du bist leid. Meine Kraft für Weikste. Du bist leid. Ich versuche dich. Ja, das gleiche macht Dutch auch. Ach. Dumpfacke. Oh Gott, vor allem der Degen tut mir so leid. Oh. Herr Morgan. Du musst mich helfen, nachdem wir gesprochen haben. Das ist nur ein Trapp. Mein Sohn, meine Leute werden alle sterben. Du helst diesen Mann, Arthur? Bitte. Was haben wir noch? Ich habe mich ausgezogen und gebadelt, Maika. Ja. Oh, die Fräsi. Ich werde. Und ich. Ich auch. Och. Und ich. Ich glaube. All right. Lass uns rauskommen. Können wir die Fremden nicht mitnehmen, bitte? Ich hoffe, die sind nicht dabei, weil das sind Arschlöcher. Die schießen uns bestimmt in den Hintern. Wie? Wer weiß was du noch von mir verborgen hast? Oh. Ich bin Dutch-Pimmelind. Ah, der Junge. Der Junge. Nein. Du hast die Scheiße angeleiert. Die hat Respekt, die hat, die sagt die Wahrheit. Du hast gar keinen Plan. Ja, ich auch gar nicht mehr wissen. Nach Timbuktu schicke ich immer meine Leute, die ich nicht leiden kann. Die armen Timbuktu, Leute. Du willst doch nur da hin, weil du die Papiere haben möchtest, die da in dem Büro drin sein sollen, bei dem Ölfeld. Von denen du schon mal geredet hast, du kleiner Leuchtturmwärter. Davon hast du damals schon geredet, dass du da hin willst. Ja, ich bin mal so offen. Sorry. Oh nein, oh nein. Oh nein. Das ist toll. Dutch, du hast ihr Verderben geschickt mit deinem blöden Dreck, den du denen eingeredet hast. Ohne Witz. Der ist so verblendet, dass es ihm halt auch geglaubt hat. Naja, aus Verzweiflung macht man halt dumme Sachen. Und der ist halt einfach verzweifelt, weil er sieht, dass seine Leute abgemurkst werden, denen das Land weggenommen wird. Und wie ist das? Das ist ja kein Wunder. Hallo? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Der ist da alleine. Oh, Scheiße. Der ist da alleine. Das ist mir. Let's meet up at the factory. That's right. Ja. Oh, ja, Charles. Du bist halt einfach unstatement mit mir. Oh, ja, Charles. Du bist halt einfach unstatement mit mir. Ich hab mir heute schon wieder eine andere Waffe in die Hand geblieben. Wird nicht irgendwo, dass das snipiert. Ich weiß schon, für was ich kämpfe. Für Leute, die es nicht verdient haben, dass man ihn hier her Land wegnimmt, du kleiner Pimmel. Und dann, wenn sie schon Friedensverträge mit einem eingehen, man die auch noch bescheißt hinten und vorne. Du kleiner Sack. Zeig mal dein hässliches Gesicht. Dafür kämpfe ich. Ich weiß nicht. 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 Ja, Sadie. Fick dich. Kein Ding. Geh zurück zu deinem Dad. Dumpfbacke. Ja, was Dutch macht, ist mir Wayne. Wir müssen den gar nicht retten. Der hat dich überhaupt in die Scheiße reingebracht. Das war ein Eierschuss. Sorry. Oopsie. Das war ein zweiter Nusschuss. Hoppala. Jochen. Ja. Das ist dein ganzes Löcher. Da versetzen wir uns. Ich hab ihn nicht getan. Das ist gut. Das ist gut. Wir sind nicht in die Ahnung. Oh, pfff! Da kommen ja noch mehr! Könnt ihr mal die von der Seite erledigen? Jetzt ist Schluss hier. Nein, ich muss Arznei nehmen. Ah, dieser Wüsten. Fuck, hat das gar nicht mehr. Wo ist denn der? Du musst doch da irgendwie neben mir stehen. Wir haben aber jetzt ja nicht mehr Massen-Yipp-Yay-Yay angedings. Ich meine ja nur. Ich hab mir hier gefühlt 200 Worte umgebracht. Ah! Ist aber schuld. Gebt euch ein Witness! Gebt euch! Ja! Gebt euch! Ja! 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 Leute. Ja, jetzt tust du so. Ja, jetzt tust du so. Es gibt viele Städte. Ich dachte, du bist auf die Frage. Oh, Cornwall hat ein Verkauf mit der Städte. Er wurde bezahlt um die Region zu entwickeln. Gegen die Regionen der Regierung des Landes, weil sie nicht mit den Indien zu haben. Insofern, wir verstehen das und wir sind fertig. Wir sind fast? Ja. Wenn wir richtig sind. Wir hatten die schwersten Zeiten. Die schwersten Zeiten. Aber komm an. Du daubst dich selber, weil du genau weißt, dass du Scheiße baust. 24-7, Junge. Bist du komplett durch. Du bist nicht mehr normal in deiner Schüssel. Ja, vielleicht auch nicht. Hier ist nichts. Was kann ich dir jetzt schon mal sagen? Oh. Hier ist ein bisschen Geld. Nein. 20 Dollar. Ah ja, und was ist da jetzt drauf? Ein Liebesbrief? Ich habe ihn. Das ist es. Das ist St. Barnes. Wie viel? Es ist ein paar Tausend Dollar. Vielleicht mehr. Oh. Wir sind fast da. Arthur. Wir sind fast da. Mr. Morgan? Let's go. Allein das Geld, was ich die ganze Zeit in die Kasse eingezahlt habe. Der ganze Scheiß. Wir haben mehr als genug Kohle, du Blöder. Ich würde zu gern von hinten jetzt in den Arsch schießen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war zu viel für ihn. Ja, ich habe gerade geschossen. Oh, fuck. Du wolltest ja unbedingt noch die Scheiß Papiere haben, Dutch. Du dummes Arschloch. Au. Fuck. Einen weißen, hallo? Oh. Darts, du Ratte. Der lässt ihn halt einfach zurück. Der lässt ihn halt einfach zurück. Oh nein. Seid vorsichtig. Oh nein! Du kleiner Wichser. Oh, nicht Igelflug. Du Drettel. Oh Gott, ein Bauchschuss. Oh. Ja. Du bist dumm. Du hast mich hier einfach zurückgelassen, du kleiner... Nein, gar nicht. Du hast mich zurückgelassen, du kleiner Piss. Krieg ich jetzt jedes Mal einen Euro, wenn der Money sagt, dann bin ich reich. Ja, du hast mich nicht mehr zurückgelassen. Ja, du hast mich nicht mehr zurückgelassen. Du hast mich zurückgelassen. Ich habe ihn mit seinem Vater. Wie du möchtest. Es ist normalerweise wie er heute ist. Sicher. Komm schon, wir müssen zurückkommen zum Campen. Und vorbereiten. Ich werde zurück, wenn ich kann. Ich werde mit dir. Und ich. Natürlich. Und so will ich. Nein. Du bist hier. Por favor. Oh Gott, der hat einen Bauchschuss, Leute, einen Bauchschuss. Der andere ist jetzt auch gerötet. Ja, aber das ist zu viel gewesen, Leute. Ich weiß, dass wir uns selbst verabschiedet haben. Wir haben sogar ein paar Leute geholfen. Diese Linien sind jetzt weggegangen. Der Zeit kommt, um unsere eigenen Linien zu machen, Arthur. Wir entscheiden, wo wir von hier gehen gehen. Ich versuchte, da hinten? Der Dutch stand und beobachte. Wenn es nicht für Egelflüge ist, würde ich... Ich weiß. Ich fühle mich, dass er auf den typen Mann hat, der uns nie zu sein hat. Vielleicht. Ja. Frag bitte nicht vom Pferd. Ich würde euch in Sicherheit bringen. Ja. Ich würde euch in Sicherheit bringen. Aber das ist so... Heftig. Da hat er einen Bauchschuss bekommen, auch noch. Ja, aber wie? Sein Armer... Oh, mir tut das gerade so leid, allein schon für seinen Vater. Das ist der Karte. Das ist der Karte. Ich glaube, er ist der Karte. Oh nein, er ist verletzt. Bring ihn zu mir. Sogar in einem modernen Krankenhaus würdest du wahrscheinlich sterben, oder sowas. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mein Sohn. Was werden sie jetzt tun? Sie müssen schnell gehen. Ich werde sie helfen. Ich werde sie auch helfen. Nein, mein Freund. Ich muss John da rausholen. Pass auf dich auf, John. Oh nein. Oh nein, Oster. Das ist schon wieder diese Bayern-Familie. Tatsächlich, Lul. Die, wo ich gerettet hab. Wenn ich besser Englisch könnte. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie nicht retten. Aber, aber... Ja. Was ist denn in Ennsburg? Ja, oh, mein Anteil ist 0. Danke, Dutch. Danke. 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 Oh, Mann. Ja, gut. Damit verabschiede ich mich für den heutigen Part. Puh, der war hart. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Komi würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und wir sehen uns im nächsten Part, hoffe ich, wieder. Bis dahin wie immer. Ciao. Ciao. Ciao.